Was ist das? Fuck, fuck, was ist das? So Leute, wir haben die Karre jetzt endlich freigegekommen. Ich weiß nicht, wir sind zwei Stunden da dran, da haben wir irgendwas im Bus. Ich glaube da war ein Wildschwein oder so. Seht ihr die ganzen Löcher hier? Ja, ich glaube da wäre echt Wildschwein oder so ein Schwein oder irgendwie ein Scheiß. Wir haben die Karre auf jeden Fall jetzt frei, wir sind jetzt den Weg weiter runter am Fahren. Ich weiß jetzt nicht, was da noch kommen wird. Wir sind alle beide voll in Panik ein bisschen, keine Ahnung. Das ist einfach zu krass Leute, also mir fehlen echt gerade die Worte. Aber egal, wir wollen den Vlog vor euch zu Ende drehen. Was läuchtet dahinter? Habst du das? Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Alter, hier ist ein Haus. Fuck, hier ist ein Haus. Ich hoffe, hier ist jemand. Ich denke mal, dass sie mal da klopfen gehen, oder? Mal Hilfe-Frage. Ich glaube, weil... Was sagt ein Tank? Oh ne, noch 15 Kilometer können wir fahren. Fuck. So Leute, wir gehen jetzt mal gucken. Keine Klinge. Ich hoffe, da macht jetzt einer auf. Oh, ich hoffe auch. Hör mal nix, Alter, wäre ich wohl scheiße und jetzt hier keiner hier wär, Mann. Kein Bock die ganze Nacht hier zu verbringen. Hallo? Ist hier jemand? Oh, da drinnen brennt Licht. Ein ganz kleines Lichtchen. Eine Kerze oder so. Ich glaube, hier ist niemand. Ich glaube, hier ist niemand. Fuck. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Richtig belastend, Mann. Ja, wir gehen jetzt ins Auto und dann fahren wir weiter, oder? Ja, ich denke mal. Was anderes bleibt uns eh nix übrig. Mit der inneren Weg runter. Ja. Mal gucken, was wir finden da unten. Und sie ist so arschkalt. Wir sind noch mal gerade vom Haus zurück zum Auto, Alter. Es ist so kalt draußen. Ich führe meine Finger nicht, vor allem meine Zähne von den Füßen. Oh, oh, das rutscht wohl auch nicht, oder? Oha. Ja, mal langsam. Aber ich frag mich nicht, in welche Wege wir uns hier gebracht haben. Ja, wir wissen, dass der Tank leer ist. Oha, hier sieht es nicht aus, als würde es bis weiter gehen. Fuck. Da liegt auch noch so eine halbe Hecke auf der Straße. Ich glaube, wir räumen das mal weg. Ja, aber da kannst du nicht richtig fahren, oder? Da hinten. Da haben wir hier wohl eine Sackgasse, oder? Fuck. Und wie willst du da hochkommen? Du bist jetzt schon bergrunter gerutscht. Wie willst du da wieder hochkommen? Und wenn wir einfach gucken, für ein Stück zu weit weiter zu Fuß gehen, vielleicht kommen wir irgendwo an der Hauptstraße und können ein Auto anhalten. Ja, können wir versuchen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, dann komm, Jalla. So, Freunde, wir sind jetzt hier schon eine Weile unterwegs. Fängt langsam echt an, arschkalt zu werden. Wir werden jetzt mal ein kleines Feuer schön machen, dass wir uns ein bisschen aufheizen können, damit wir danach wieder weitergehen können. Ich denke mal, das reicht jetzt schon mal für den Anfang. Alter, nachts im Wald, wenn wir Feuer machen. Ja, und wir haben heute noch darüber geredet, ein Video zu machen, nachts im Wald, ne? Ja. Jetzt sind wir unabsichtlich im Wald, ey. Zum Kotzen. Aber spontan ist immer cool. Aber trotzdem. Ja. Ja, aber spontan. Wir kommen nicht nach Hause. Ja, das ist der andere Scheiß. Wenn der Faktor nicht wäre, dann wäre es mir egal. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir die ganze Kacke hier, wie wir aus dem Stamassel hier rauskommen. Ich sehe, es kommt, das wird eine lange Nacht. Meinst du? Ja. Wenigstens habe ich schon mal Feuer und friere nicht. Aua! Scheiße, das waren meine Finger. Wir müssen einfach aufhören und dann losgehen, weil hier würde ich jetzt auch nicht bleiben. Hier ist alles nass, hier kann man sich noch nicht mal hinlegen zum Schlafen. Aber der Kälfte fläst du eh nicht. So Leute, wir haben uns jetzt ein bisschen aufgewärmt am Lagerfeuer. Wir gehen jetzt weiter, aber es geht immer steiler runter. Wir haben jetzt hier so eine, keine Ahnung was für einen Weg. Aber halt ein steiniger Weg. Aber wir gehen dem jetzt mal nach. Fuck! Fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Stefft hier! Oh mein Gott, Alter! Schlafen, Mike! Fuck! Fang ein Auto! Ich bin ein Auto! Mike, lau. Ja! Fuck! Ich bin ein Auto!